Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angelmaximal Crips. Ich zeige euch heute mal meinen unfassbar riesigen, geilen, wunderschönen, luxuriösen Angelkeller. Das Ding ist wirklich, also zieht es euch einfach rein. Locker sechs Quadratmeter, also locker sechs Quadratmeter, vielleicht auch sieben, sechseinhalb sagen wir mal. Ich habe es geschafft hier mein ganzes Tackle unterzubringen. Um jetzt ehrlich zu sein, der Keller ist natürlich nicht groß. Er ist besser als der Keller, der zu meiner Wohnung gehört, denn ich musste mir den extra mieten hier, weil der wirklich sehr klein ist, der zu meiner Wohnung direkt dazugehört. Und der reicht jetzt gerade so. Ich habe gedacht am Anfang, als ich ihn leer gesehen habe, ja, kriege ich locker alles rein. Aber ey, ich habe wirklich zwei komplette Ladungen von einem Kleintransporter voll gemacht, um den hier einzurichten. Ja, was ich hier so alles eingerichtet habe, wie ich das aufgeteilt habe, was ich hier alles an Tackle reingestopft habe, das seht ihr jetzt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an bei den Routen. Und zwar sind das die wichtigsten Routen quasi, das ganze Spinnzeug. Habe ich jetzt hier in diesen Routenkondomen, in diesen Rotsleeve-Dingern. So, was wollen wir bei ZEC auch machen, ist schon in Planung, aber bisher sind die von Angeljoke. Da habe ich mir jetzt übrigens diese Dinger hier bestellt, die es auch bei ZEC gibt, weil mich da ganz viele Leute in der Story direkt nach gefragt haben, ob man die kaufen kann. Ja, die kann man theoretisch auch kaufen, die kosten auch ein bisschen was. Aber die sind halt auch wirklich massive, fette Teile, die eigentlich für die Läden sind, um die Routen da reinzustellen. Passen 20 Routen rein. Ich habe jetzt aber natürlich Rollen dran, das heißt, mit Rollen passen nicht so viele rein. Da wären es ungefähr so, ich sage mal 10, würde ich auf jeden Fall locker reinkriegen. Hier vorne erstmal Barsch-Routen, das heißt Barsch-PCs, Barsch-Spinnrouten, die Swift, Sparrow, Pitchcast, noch ein Pitchcast-Muster, was ich aber auch noch nutze. Dann habe ich hier hinter so die Cherry-Sticks, auch in den verschiedenen Längen, da habe ich nicht überall eine Rolle dran, weil, ja, ich halt ja nicht mit so vielen Routen gleichzeitig angel und die Rollen muss ich auch tatsächlich immer noch bezahlen, leider. Da kann man auch nicht dann so viele haben bei den ganzen Routen. Die restlichen Barsch-Routen hier auch noch, warte mal hier, guck mal zum Beispiel, mal so ein Schmuckstück in meiner Sammlung. Die einzige Routen, also zumindest von den normalen Spinnrouten, die ich noch habe, die keine ZEG-Routen ist, ist eine Debs Sidewinder The Outcross GTA, GP natürlich, GP, Grand Performer oder so heißt das, also die Tackle Freaks, die wissen, was das ist. Das ist mit Abstand meine teuerste Route, 500, 600 Euro oder so, aber ich habe sie nochmal umrüsten lassen auf Micro Guides, das heißt, ich habe hier Tor-Side Micro Guides raufbauen lassen vom Routenbauer und ja, die sind natürlich nochmal extra, haben nochmal extra eine Stange Geld gekostet, ich glaube, es hat nochmal 200 Euro oder so plus gekostet, da hatte ich eine 100er Kalkutta Conquest drauf, das heißt, das war mal eine stabile 1.300, 1.400 Euro Kommode oder so, das war das Allerteuerste, was ich mir jemals geholt habe, aber wie schon ein paar Mal erwähnt, mittlerweile weiß ich, dass das halt sammeln ist und nicht, also zum Fische fangen brauche ich die nicht und ich fische die auch nicht mehr, die steht halt hier nur noch, weil ich sie nicht verkaufen möchte. So, was haben wir hier weiter, geht es mit Zanderrouten, also da sind, ja, bis gerade die ganzen, da sind wie gesagt mittlerweile halt alles eigentlich nur noch Zeckrouten, die, die ich am meisten fische, sind hier die Peak Jig 2 und die 240er Jigsaw, natürlich auch die Peak Jig 1 am Start, dann hier Hechtrouten pro Pike, die Big Stick und so weiter. Ich hatte vorhin schon überlegt, ob ich vielleicht heute das Video mache, wo ich die ganzen Rollen zu den Routen vorstelle, aber dann dachte ich mir, nein, das braucht noch ein bisschen, also das mache ich nicht so spontan, das braucht noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Die Vorbereitung habe ich vorhin angefangen, also wartet noch einen Moment, dann kommt dieses Video, wo ich wie gesagt mal alles vorstelle, was ich an Routen und Rollen habe, beziehungsweise euch auch einfach sage, was ihr für Rollen nehmen könnt, die ich vielleicht selber gar nicht habe, wo ich aber weiß, dass die gut sind. Hier hinten ist ein ganz weirdes Zeug, so ein paar Eisrouten, ja, mal sehen, ob man die jemals wieder braucht hier in Deutschland, vielleicht möchte ich das nächste Mal nach Kanada, um so ein Zeug zu nehmen, auch noch drei Stück in der Ecke zu stehen. Hier hänge ich immer meine Sachen auf, die trockenen müssen, das heißt Barthose oder hier Abhackmatte. Wahrscheinlich habt ihr das Video schon gesehen, wenn das Video hier rauskommt, warum die Abhackmatte hier so versifft ist, wenn nicht, dann kommt es demnächst. Hier oben haben wir Taschen, alles mögliche Zeug an Taschen. Hier sind Rollen, das ist auch zum Beispiel dann hier ist noch so ein bisschen Fliegen, also Fliegenrollen sind hier Meeresrollen, weil die anderen sind ja normalerweise dran, also die so Stella und ja, weiß ich nicht, was hier drin ist in den Taschen. Hier ist eine, oh, hier ist was Besonderes drin und zwar meine erste gute Spinnrolle, die ich hatte. Das ist eine Twin Power 2500 FC. Die habe ich mir von meinem Jugendweilgeld gekauft und ja, das war die erste gute Spinnrolle, die ich hatte. Die läuft auch immer noch halbwegs vernünftig, ja, aber fische ich leider mittlerweile auch nicht mehr so viel, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, weil halbwegs vernünftig ist halt nicht so mega geil. Mal gucken, aber an sich, oh, jetzt ist da, habe ich hier ein bisschen Schnur im Dings drin, im Rotor unten. An sich, noch okay, dafür, dass die zehn Jahre alt ist ungefähr. Ne, die ist sogar noch älter, ey, ich bin auch schon alt. Dann hier die ganzen Kartons von den Rollen, da habe ich teilweise dann Rollen drin, die ich nicht benutze, teilweise sind sie auch leer, das heißt, die hebe ich nur auf, falls ich zum Beispiel mal eine Rolle verkaufe, was ja häufiger mal vorkommt, dass ich auch eine Rolle verkaufe, um mir, weil ich mich irgendwas anderes, irgendeine andere Rolle zu holen normalerweise, dann geht es hier weiter mit. Das ist mein gesamtes Fliegenpisch-Teckel, ja, mehr zum Fliegenpischen habe ich nicht. Hier ist noch die Rolle und dann habe ich noch eine Route. Dann habe ich mein ganzes Fliegenpisch-Teckel auf einem Bild, mehr besitze ich nicht. Ja, noch nicht so weit fortgeschritten, aber reicht mir auch erst mal. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Eiszeug, Schleppangelzeug. Hier ist das ganze Ansitz-Zeug, ja, hier ein großer Kasten mit Ansitz-Teckel. Hier auch überall so Posen drin, Aalsachen, Hecht-Ansitz-Kram. Dann hier noch besser eigentlich als das Fliegenpischzeug. Das hier ist mein gesamtes Wels-Teckel. Mehr Teckel zum Welsangeln habe ich nicht, das alles. Und davon brauche ich das und das hier eigentlich überhaupt nicht. Ja, das war's. Mehr Teckel zum Welsangeln habe ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr da immer alle mitschleppt, ja, ihr ganzen Welsangler. Nee, aber ich habe natürlich noch ein paar Routen von Carsten, ich aber eher zum Meeresangeln nehme. Und Reulen logischerweise auch noch. Ja, hier unten ist dann der ganze Quatsch fürs Belly-Boot, beziehungsweise auch das Belly-Boot an sich. Hier, da sind ja so Zubehörzeug vom Belly, was ich nicht so viel nehme. Hier ist dann das ganze Zeug fürs Belly. Das kann ich euch übrigens nur empfehlen, euch einfach mal so einen Ikea-Sack hier zu holen oder irgendwas Vergleichbares. Da kriege ich eigentlich alles rein. Hier sind meine Flossen drin, Pumpe drin, zwei Pumpen sogar. So eine Matte, auf der ich das immer aufbaue. Ja, da fange ich dann auch das ganze Teckel rein, meine Tasche, wenn ich das fürs Belly packe. Also eine Menge Zeug. Dann geht es hier drüben weiter. Oben, ja, ist auch noch, hier sind das zum Beispiel vollgestopft mit Futter rein von den ganzen Routen, weil ich die jemals wieder brauche, aber ich hebe so ein Zeug immer auf. Eine alte Routenablage, die ich hatte, bevor ich die von ZEC hatte. Auch noch so ein Eimer. Ja, halt hier so fettes Zeug. Fette Falco-Popper zum Beispiel, fette Stickbaits. Nein, ich gucke jetzt hier nicht raus. Egal. So ein Quatsch. Aber in die Region, wo man sowas braucht, werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht kommen. Ja, hier oben weiter Meereszeug. Das sind zum Beispiel die ganzen Gummis, die ich in Norwegen immer fische. Also sind alles halt nur Norwegenfarben sozusagen, beziehungsweise Meeresfarben und Größen nur 5 und 6 Inch. Die Sachen, die da immer so am besten funktionieren. Hier ist noch, ey, da ist auch so viel Kram drin. Also so viel Zeug, was ich nicht viel nutze. Also dann hier so kleinen Kram fürs Meeresangeln. Dann hier Norwegenzeug, 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 Norwegen, Norwegen, Norwegen. Dann ist hier so Warmwasser, kleine Jigs. Dann hier so Popper-Sachen, noch kleinere und so. Hardbaits fürs Warme. Ja, alles so ein Kram. Angelgott, Norwegen 2017. Auch am Start. Davon habe ich noch ein paar mehr von so Pokalen, die ich aber auch irgendwie bei meinen Eltern im Keller irgendwo habe. Beste, was ich mal gewonnen habe, war... Ich war mal Kreismeister. Mit dem Stippen. Und mit Yoshi war ich mal Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft Spinnfischen oder so. Aber auch das ist... Also da würde ich jetzt nicht sagen, ich bin Vize-Deutscher Meister. Das war auf so eine Barsche. An sich Wettkampfangeln ist irgendwie nicht so meins. Schon ein paar Mal überlegt, auch jetzt mit Yoshi mal vielleicht WPC oder irgendwie sowas mitzumachen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie dieser Druck dabei die ganze Zeit, das ist ja bei Fisch-Niveau schon schlimm. Warthosen sind hier drin. Da ist gar nichts drin. Da ist theoretisch dann im Sommer, was ist eigentlich zum Karpfenangeln, mein ganzes Essen nehme ich da immer mit. Hier sind noch so Anzüge für Norwegen, Winteranzug, Warthjacken zu den Warthosen passend. Von Sierra, Hodgeman und so weiter. Hier unten meine ganzen, alle Schuhe. Also Wartschuhe, fette Schuhe für den Winter. Aber auch zum Beispiel sowas hier zum Felsenangeln, wo man einfach quasi barfuß reingeht und dann nass werden kann. Nämlich auch immer so, wenn ich irgendwo vom Ufer im Warmen am Meer angele. Dann haben wir hier zum Beispiel Sachen, die noch gar nicht einsetziert sind. Das sind alles Skirted Jigs. Dazu gibt es nochmal ein extra Video. Ich hoffe mal, wenn das Video rauskommt, sind die nicht alle ausverkauft. Ein großer Teil war jetzt neulich schon ausverkauft. Das ist eigentlich das wichtigste Regal. Da bin ich auch mal gespannt, was das so aussieht. Das ist, glaube ich, 16 Euro gekostet, das Regal. Ein richtiges, billiges Teil. Wenn das nicht unter der Last von meinem ganzen Teckel irgendwann mal zusammenbricht, dann ist es auf jeden Fall stabil. Unten so viel Zeug zum Rollenwarten zum Beispiel. Ja, hier sowas. Da ist alles drin, was ich zum Rollenwarten brauche. Die ganzen Öle und Saubermachzeug. Und hier sind noch so Ersatzknopps und sowas. Also ein ganzer Kran hier, wie ich auch richtig geile Teile. In Rot steht Bass or Die drauf. Ja, was soll ich damit? In Rot passt zu keiner von den Zeckruten mehr. Also, wer mir als erstes schreibt, der kriegt die nicht. Das ist so das allerwichtigste Fach. Also das alles hier ist so das allerwichtigste, was ich habe. Und zwar haben wir hier einmal Zandergummis, Barschgummis. Ja, also alles mögliche an Barschteckel völlig durcheinander. Also es ist nicht... Normalerweise sieht meine Kiste sortierter aus. Für viele wäre das jetzt schon sortiert. Also für Yoshi wäre das schon richtig gut sortiert. Aber meine Kisten sehen eigentlich cleaner aus sonst. Naja. Viel Barschzeug, viele Barschgummis. Auch viel zu viele eigentlich. Und das, obwohl ich wirklich einmal im Jahr ungefähr richtig aussortiere und sage, so was ich im letzten Jahr nicht gefischt habe. Das fliegt jetzt raus. Die letzten Male habe ich jetzt irgendwie auf Insta verlost oder so. Dann hier Hardbaits. Auch Hardbaits. Irgendwas ich an Hardbaits habe. Das ist unglaublich. Das sind so ein bisschen größere Hardbaits. Auch alles nur wirklich geiles Zeug. Hier sind auch noch Sachen dabei. Zum Beispiel den Murdoch von Zeck, den es noch nicht gibt. Irgendwo müssen eigentlich noch mehr Zeck-Sachen sein, die es noch nicht gibt. Aber davon haben wir auch noch nicht so viele bekommen. Meine schön sortierten Kisten mit Jigs. Ja, steht vorne drauf, welche Größen da drin sind. Dann habt ihr hier alle Größen sortiert. 3.0 in Light, Medium, Heavy. 2.0 Light, Medium, Heavy. Das habe ich dann auch noch für die ganzen anderen Größen. Immer alles vernünftig sauber sortiert. Denn es ist für mich wichtiger, immer den richtigen Jig zu haben, als den richtigen Gummi. Auf den Gummi kommt es weniger an, als auf den Jig-Kopf. Also wenn ihr die richtige Größe und das richtige Gewicht vor allem nicht habt, dann habt ihr eigentlich verloren. Denn ja, den Gummi, da kann man viele verschiedene Sachen nehmen. Aber wenn es nicht der richtige Jig ist, vor allem nicht die richtige Absinkphase, dann hat man ordentlich Pech gehabt. So, hier nochmal alles in Tüten. Auch noch nicht so richtig sortiert. Hier liegt auch noch eine Menge Zeug rum. Gerade so Sachen, die ich noch neu bekommen habe. Also zum Beispiel das eine von den neuen Farben. Oder halt neue Größen. Hier 2,5 Inch. Habe ich auch noch nicht einsortiert. Dann noch so ein paar andere schöne Sachen. Mein Lieblings, Pintail, Duelive Stick von OSP. Mega geiles Teil, den muss ich auch noch einsortieren. Dann mache ich auch übrigens mal ein Video zum Softjerken. Das sind alles Dude, Wilson, Edward. Aber auch noch andere Sachen, ja. Also auch gemischte Pakete hier mit anderen Gummis. Hier sind nochmal, da ist eine Kiste hier voll mit Creature Baits. Eine ist voll mit so normalen Shats. Dann hier oben ist alles Hecht Tackle, Hecht Hard Baits. Das heißt also Jerks. Ach nee, hier sind auch noch kleinere Gummis dazwischen. Hecht Hard Baits. Fehlen jetzt hier auch noch ein paar. Die sind noch hier mit dabei. Weil ich die auch zum Zander angeln jetzt noch. Braucht sie, bevor die Schonzeit losging. Menge Zeug, eine Menge Zeug. Ja, hier dann natürlich Hecht Gummis. Alle möglichen Sachen. Auch gerade bei Hecht Gummis habe ich wirklich viel zu viele. Hier jetzt die neuen Batscher, die es ja noch nicht gibt. Dann der ganz wichtige hier. Der Köder, der zu dieser Matte gehört, zu dieser versifften Matte. Die haben auf jeden Fall sehr gut zusammengepasst. So, jetzt kommen wir hier eigentlich auch schon langsam zum Schluss. Hier sind Ruten und Klamotten jetzt noch. Zum Beispiel habe ich hier die ganzen, ja, Sachen zum Wälzangeln, die ich aber eigentlich fürs Meer nehme. So eine Fieder, MP Fieder habe ich hier auch noch dabei. Hier ist nämlich auch noch das ganze Ansatzzeug. Ja, ihr seht ihr auch schon montiert mit Posen und Grundbleiben. So eigentlich auch schließlich zum Aalangeln, kann man sagen. Das andere mache ich ansatztechnisch, glaube ich, kaum noch. Oder halte ja hier so viel an oder sowas. Würde ich jetzt auch gerne mal demnächst ein Video zu machen. Dann haben wir Futurale, ja. Die sind auch hier hinter noch mal ein paar. Die sind jetzt meistens leer. Da ist dann nichts mehr drin. Brauchen wir natürlich, um einteilige Routen zu transportieren. Hier sind Reiserouten und auch noch eine Fliegenroute. Ansonsten hier Trois und alte Reiserouten. Auch noch spähere Reiserouten. Routenständer. Dann Klamotten. So alles, was ich halt zum Aalangeln brauche, was ich nicht oben im Kleiderschrank hängen will, weil es eventuell stinken könnte. Dann haben wir natürlich hier noch den Bereich. Hier sind einmal die Sachen, die zu lang sind, um sie in den Ständer zu packen. Das heißt zum Beispiel die 225er Swift liegt hier noch drauf. Da hinten ist noch ein Final Boss. Dann hier mein Karpfenzeug. Da sind noch ein paar 12 Fuß Karpfenrouten dahinter. Das sind die 10 Fuß, sind das glaube ich, die ich normalerweise so nehme. Hier so ein kleines Zelt. Da ist noch ein, nee, das Zelt. Ach, da unten ist das Zelt. Das hatte ich vorhin absolut übersehen. Zelt und mein Carryall zum Karpfenangeln. Also das ist das Zelt und das ist ein Carryall. Das gehört noch in die Ecke quasi. Hier steht normalerweise mein Boot, das Tasker. Das übrigens jetzt auch verfügbar ist wieder. Aber in dem neuen Tasker habt ihr jetzt entweder einen Luftboden oder einen Aluboden. Könnt ihr euch aussuchen. Könnt auch eins von beidem später noch nachkaufen. Luftboden habe ich jetzt hier bei dem. Ist natürlich besser vom Packen und vom Transport, weil das Ding räumt da aus, kommt es auf und könnt losstarten. Mit dem Aluboden, die Variante ist dann natürlich Robusta, könnt ihr dann auch mit 15 PS fahren. Also wirklich extrem großer Motor für ein Schlauchboot. Fette Liege in einer fetten Liegentasche. Das ist diese Fox MK3 oder 2, glaube ich, heißt sie. Ich habe wirklich, also da kenne ich mich so schlecht mit aus, dass ich da jetzt nicht den Namen sagen wollen würde. Aber die Liege ist so geil, die war besser als, zumindest besser als mein altes Bett. Hier sind nur noch so ein paar wasserdichte Taschen, die ich zum Beispiel auch zum Karpfenangeln mitnehme, damit meine Klamotten nicht nass werden. Hier unser Spundwarnkescher. Hier unser Spundwarnkescher hier. Wie heißt das Ding? Floating Rubbernet. So ein Bellybootangeln oder so. Hier schmeiße ich immer noch so meine Taschen hin, die ich gerade in Benutzung habe. Die ist noch nicht gepackt. Noch ganz neu. Ja, Leute, das war jetzt hier mal so ein kleiner Überblick über alles, was ich wie gesagt wirklich an Tackle habe. Ich weiß, es ist eine Menge. Es gibt bestimmt auch noch den einen oder anderen, der noch mehr hat. Aber es ist schon sehr, sehr viel und ich horte schon echt viele Sachen, obwohl ich mich auch von vielen Zeug trenne. Aber Angeln ist halt für mich einfach alles. Also es gibt nichts, was ich lieber mache als Angeln tatsächlich. Ich liebe auch dieses Zeug einfach. Einfach nur hier drin zu sein, finde ich schon schön. Dafür brauche ich nicht mal angeln zu gehen. Einfach wie gesagt, dieses Sammeln von dem ganzen Tackle auch. Ich hätte natürlich gerne noch mehr Platz und würde es noch schöner aufräumen. Vielleicht ist ja ein Angelzimmer-Innenarchitekt unter euch und kann mir sagen, wie er hier noch irgendwas optimieren würde, um die Sachen noch schneller zu finden. Und da meinen Freunden ist es immer ganz geil, wenn die sagen, wir wollen auf Karpfen angeln, wir wollen auf Wels angeln, wir wollen auf, wir wollen feedern, wir wollen im Wagler auf Schlein angeln. Wir wollen, egal was machen, sage ich, dafür habe ich da eine Kiste, dafür habe ich da eine Kiste, dafür habe ich die Route, die Route und die. Das ist immer geil. So, weißt du, wenn du sagen kannst, ja, habe ich. Können wir machen. Los geht's. Deswegen habe ich halt hier so viel Kram, damit ich alles machen kann und auch viel Abwechslung drin habe. Wie gesagt, ihr könnt natürlich viel Zeug davon auch selber euch für euren Angelkeller holen, wenn ihr zum Beispiel so Routenständer braucht, haben wir bei ZEG oder die Routenköder, allen möglichen Kram. Natürlich auch mit dem Code Maxi dann immer noch ein Geschenk gratis dazu. Ich glaube zum Beispiel diese Dinger hier, die extrem praktisch sind, die kann man sich auch mit den Codes dazunehmen und von denen seht ihr, habe ich hier echt eine ganze Menge, da kann man alles reinmachen. Die habe ich auch noch überall verteilt für andere Sachen. Insgesamt, wie gesagt, haben wir viel schönes Zeug da, was ihr mit meinem Code nicht billiger bekommt, aber was umsonst. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann wieder draußen irgendwo am Wasser. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.